Hallo, ich bin Monika, bin 23 Jahre alt und arbeite seit einem Jahr bei der Computerspielschule Stuttgart. Heute möchte ich euch Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch vorstellen. Animal Crossing ist ein Simulationsspiel, bei dem sich der Spieler seine eigene kleine Insel aufbaut und mit anderen niedlichen Bewohnern interagieren kann. Dabei handelt es sich um sprechende Tiere, die ebenfalls auf der Insel wohnen. Die Aufgaben des Spiels bestehen hauptsächlich darin, sich sein eigenes Haus zu bauen, es abzubezahlen und zu dekorieren. Aber auch die Infrastruktur der gesamten Insel ist wichtig. So kann man nicht nur Bäume und Blumen pflanzen, sondern auch Wasserläufe ändern, Plattformen bauen und Wege erstellen. Dabei sind einem kaum Grenzen gesetzt und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man kann zum Beispiel Möbel drinnen wie auch draußen aufstellen und verschieben. Dadurch verbessert sich das Image der Insel. Man kann jedoch nicht nur sein Umfeld umgestalten, sondern auch seinen eigenen Charakter. Seien es die Frisur oder die Klamotten, auch hier hat man freie Auswahl. Sein Geld verdient man sich durch das Verkaufen von heimischen Früchten, Insekten oder Fischen, die man fangen bzw. angeln kann. Diese können jedoch auch dem heimischen Museum gespendet werden, wodurch sich dieses mit Fischen, Sekten und Fossilien füllt. Es werden einem jedoch keine Deadlines gesetzt und man entscheidet selbst, wie schnell und in welcher Reihenfolge man die Aufgaben erledigen möchte. Ich persönlich mag Animal Crossing, da jedes Spielerlebnis einzigartig ist. Man kann sich auch lokal und online mit Freunden treffen und bekommt so viele neue Eindrücke und Inspirationen für seine eigene Insel. Durch bunte Farben und angenehme Musik entsteht außerdem eine entspannte Atmosphäre. Kurz gesagt, mit Animal Crossing gestaltet man sich seine eigene kleine Welt mit quirligen Charakteren, die man einfach ins Herz schließen muss. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video einen guten Einblick in das Spiel geben. Bleibt gesund und Händewaschen nicht vergessen! Tschüss!